Oh mein Gott! Unangenehm! Unangenehm! Richtig unangenehm, Alter! Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr dieses zu machen, sondern wir machen etwas Neues. Und zwar einfach nur... Ist gut, oder? Ist geil, oder? Findest du gut? Einfach nur am Anfang... Ich mach das dreimal, da sind meine Hände gebrochen. Wo haust du immer hin dann? Hodensack. Auf den Hodensack, das ist so... Deshalb auch der Schrei danach, weißt du? Und ist geil, ne? Safe. Leute, wir schauen uns heute gemeinsam mit Julien Bam wieder ein paar Videos an, weil mein Kanal zu einem dreckigen 0x15 Reaction-Kanal verkommen ist, aber ihr scheinbar genau diesen Content gerade sehen willst und ich mich eurer Macht beugen muss. Werden wir uns heute wieder gemeinsam Twitch-Clips anschauen, und zwar heute die unangenehmsten, größten Cringe-Clips auf ganz Twitch, meine Freunde. Anni Sedak hatte leider keine Zeit, deshalb habe ich Ju dabei. Äh, also ich habe Anni eigentlich nicht mal gefragt, wenn ich ehrlich bin. Es ist einfach schön, dass du dabei bist, Ju. Ich freue mich. Danke, dass ich Plan B bin. Kein Ding, ey! Nächste Mal nochmal, ne? Du bist ja auch Streamer jetzt, ne? Ich lerne noch, ich lerne noch nicht. Ja. Ist aber gut, ist schon cool, wie du das machst mit Video und dann Leute, dann können die das gucken, ist cool. Ey, f*** ich einfach. Okay. Wir fangen jetzt einfach an mit the most awkward moments on Twitch-Compilation. Ich würde sagen, let's go, der Hase. Drew, wenn du lachen musst, musst du kurz Stopp machen, lachen und dann weitermachen, ne? Perfekt. Oh, das ist Greek-God Ehrenbruder. Ey, du musst mir ein bisschen Crashkuss geben, ne? Ich kenne sie am... Rechts ist Greek-God. Und links ist Mark Zuckerberg. Mark Zuckerbergs Cousin, Peter Honigberg. Krass. Ist das unangenehm, Alter. Ey, das machst du bei mir auch die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Sind die zusammen? Ne, wahrscheinlich ist gleich nicht mehr. Alter, wie er sie anglotzt. Guck mal bitte. Er guckt sie die ganze Zeit an wie so'n Creep. Das ist schon unangenehm, ja. Aber was macht die? Ich versteh's nicht. Ich weiß es nicht. Alter. Ist einfach nur unangenehm, ja. Ist einfach nur schlimm. Guck mal, wie er cringet. Junge, er kommt gar nicht klar. Er hat einfach Gänsehaut vor Cringe. Ah, hier. Ganz angenehme Szene hier im Flugzeug. Oh mein Gott. Er hat so'n Lautsprecher dran. I'm turning alerts off, my bad. I... Oh mein Gott. Wieso, was ist denn das? Was ist das? Ist das so neul? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Cringe, Cringe-Couple-Shit im Auto. Singja, das sind einfach meine letzten 20 Dates zusammengefasst. Ich hab nicht mal 20 Dates in meinem ganzen Leben, Alter. Was soll das? Ey, die Süß. Ja. Junge, raus, die Kälte nicht. Die Fremde, der ins Auto gestiegen. So'n Streamer einfach, der einfach so einsteigt und dann das macht und so fremde Leute am Kopf anfasst. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Plotwist ist seine Schwester gewesen. Oh mein Gott. Seine Tochter einfach. Alter, Plotwist. Es sind mehrere Tochter von ihm. Plotwist, er ist auch ne Frau. Mit Bart. Oh. I see Red Bull alike. Ich denke, wir sind jetzt bereit, ihn zu Freak und Lothar zu kommen. Also auf eurem Mark, get set! Win! Kann man noch dabben, Alter? Kann man das noch? Klar. Klar. Ja, aber draußen sind ja gerade keine Leute. Also kann ich jetzt so viel dabben, wie ich will. Stell dir vor, ich hab jetzt 10 Mal gedabbt. Ich geh jetzt gleich so raus und werd einfach abgestochen. Okay. Wer ist Miss Kiff? Wer ist Miss Kiff? Junge, Alter. War doch geplant halt. Ja, ja, ja. So ein Wichser. Sieht ein bisschen aus wie Jody, oder? Findest du? Voll! Nein, Alter. Ach, da hinten links. Meinst du in dem blauen? Oh! No! Wrong! Nein, diese Plakette da an der Wand, die grüne. Weißt du den mit dem Hut, ne? Hi everybody, do you have your pants on? Oh my God! Junge, what the fuck, Alter. Ich würd die gern kennenlernen, die Frau. Ich würd die gern kennenlernen. Junge, unangenehmer Vater, Alter. Aber das fand ich jetzt nicht unangenehm, ne? Ne, lustiger Vater halt, ja, ja. Lustiger Vater mit lustigem Hut. So here's the thing. Pornography is disgusting, and you should respect yourself more than to watch it. And also, she's eleven. Let's not talk about that in time. Love you. Ist das unangenehm. Und sie säuft sich einfach so den Wein rein und sagt, okay, Pornografie ist echt eklig, und sie ist erst elf, also guckt das nicht, und ihr sollt ein bisschen mehr Respekt für euch selber haben. Und säuft sich erstmal schön den Liter Rotwein in den Kopf. Eerenmutter, Alter. Pornografie. Was sag, was hat die gesagt? Oh, Pornografie, warte. Oh mein Gott. Ist das unangenehm. Ahhhh. No, he's trying to ear rape. Ear rape. Oh nein, der will seine Mutter mit so lauten Sounds ear rapen. Oh nein, 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 nein. Die Arme, alles tut weh. Ja. Warte auf. No. Penis in the ear, hat sie gesagt. Ear rape. Penis in the ear. Junge, stell dir vor, ich steck dir einfach in den Schwanz ins Ohr. Ey, wie die lacht, die lacht mir so nah, man. Ey, boy, how is it that you're able to play with so much confidence on the world stage? Okay, sie übersetzt jetzt. Chinesisch das, meiner Rede. Echt jetzt? Hm. Jetzt sind wir die Haie, heißt ja, sehr gut. Wie gut du bist. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ey, literal. Warum hast du denn so viel Selbstvertrauen? Oh, das ist in Tokio. Das ist in Tokio, die Station, da war ich. Ja? Ja? Ja. Will you marry me? Will you marry me? Ja. Er will sie heiraten. Never lucky. Okay. Und ab dafür. Angeneb. Oh, was für ne Frage. Ist das ein Date, was der streamt? Ist das ein Date? Ey, ganz ehrlich, wachen die das mal ab? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Diese Frau sieht aber so verstört aus, die weiß gar nicht was los ist. Die spricht ja nicht mal, die kann ja nicht mal Englisch wahrscheinlich. Okay, IRL stream hier, rennt einfach ein bisschen durch die Stadt. Ganz entspannt. Easy cheesy. Hier ist etwas an deinem Button. Nice. Get the fuck out of my face. Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, unangenehm, unangenehm! Oh nein. Oh, oh shit, alter. Oh, oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was war das für ein ekliger Spruch, du hast da was auf deinem Arsch, mein Face. Stell dir vor, die hat ihn jetzt umgebracht. Oh nein, der schreibt mit seiner Mutter, spielt gerade entspannt. Halo, werf mich doch raus, werf mich doch raus. Damn, sie schauen sexy AF. Alter, so redet man sich mit seiner Mutter, Junge. Das geht nicht. Digger. Schon wieder diese Car-Porn-Szene. Diese Car-Porn-Szene, Junge. Das ist Car-Porn-Karaoke, man kennt das. So, was machst du heute Abend? Oh Gott. Okay, was ist das? Du siehst, schau, das ist nicht ich, okay? Ich bin nur mit dir zu sprechen. Das ist glücklich. Das ist nicht ich. Oh nein, oh nein. Er ist in einem Uber-Pool, glaube ich. Weißt du, wenn man zusammenfährt? Ah, wenn man zusammenfährt, oh Gott. Und er hat sie gefragt, was machst du heute Nacht? Und sie so, ähm. Dann streamt er es auch noch. Ey. Er redet immer noch immer weiter. Oh nein, hörst du diesen Sound? Diesen Sound, hörst du den? Nein, der f***t nicht. Nein, 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 der f***t nicht. Aber es ist so ein Sound, was abgespielt wird über seinen Lautsprecher. Hör mal hin. Wer das macht, ist einfach immature. Oho, wie sie reagiert. Nein. Bitter. Alter, er macht doch immer weiter. Sch***e, Mann. Guck mal, wie er grinst. Er ist so aufgeregt. Siehst du das? Alter. Alter, ist der nervös. Oh Gott. Alter. Sch***e, Mann. Das ist aber auch so krass, weil bei E-Sports hast du halt meistens so Shy Guys, ne? Die halt so richtig krank spielen. Und dann aber halt nicht so. Es gibt halt wenige, die so richtig outgoing sind, ne? Er streitet sich mit seiner Freundin on stream. Unnötig, oder? Nötig. Nötig, sagst du? Wenn ich einen Girl hätte, würde ich die ganze Zeit im Auto streiten. Junge, ganz ehrlich, es gibt diese Clips von Orange im Orange, wo er sich die ganze Zeit mit seiner Freundin streitet. Kennst du die? Junge, Junge, Junge. Was ist so ein bisschen Hartz-IV-TV? Okay, den gucken wir noch, den Clip. Oh, se***e Vibes. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, und raus. Das ist aber auch immer so dumm, wenn Kerle sagen, ja, sollen wir nicht einen Disney-Film gucken? Und wenn mich jemand fragt, wollen wir einen Disney-Film gucken, sage ich, nein, wollen wir nicht. Wir wollen keinen Disney-Film gucken, weil wir sind Erwachsenen und wir gucken Sachen für Erwachsene. Und zwar P***s. Man guckt immer P***s bei Dates, oder, Ju? Ja, immer. Ich auch, wenn ich mit Ju privat kein Date habe, gucken wir immer zusammen P***s. Das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mal wollt, dass wir auf P***s reagieren, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Momentan gibt's ja sowieso nichts mehr, was unsere Marke retten könnte. An der Stelle bin ich auch komplett raus. Ju, es hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Wir sind tatsächlich die Tage auch immer wieder mal live zusammen. Schaut auf jeden Fall vorbei und gebt auf jeden Fall dem Julien einen Kuss von mir in seinen Kommentaren. Gebt mal rüber und schreibt einen Kuss von Revi. Einfach nur da in die Kommentare. Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss. T*** Revi, bis zum nächsten Mal, wo andere . So mit Untertitelung des Spotify noch einen kuss für F*** 節. Aufי�ças Je ai